Da komm jetzt! Da sind wir wieder. Der starke Maib und meine Wenigkeit. Und heute kommen wir zu etwas ganz Besonderem auf dem Training hier. Ich hab schon wieder Booster genommen. Fuck! Und heute kommen wir zu etwas ganz Besonderem auf dem Kanal, denn ein rares Training. Und ihr wisst, wer aufpasst auf dem Kanal, der weiß, was hier ein rares Training ist. Nein, es ist nicht das Beintraining, sondern Schultern. Schultern gibt es nicht gerade sehr oft bei mir, weil ich einfach aufpassen muss, dass ich nicht ins Übertraining komme. Aber heute gibt es eine komplette Schulter-Trizeps-Einheit. Diese gab es schon mal. Da seht ihr mal das Training, wie es noch vor einem Monat war. Jetzt hab ich das Training hier ein bisschen angepasst. Vor allem auch das Trizepstraining mal anders. Und ihr seht jetzt mal eine Variation, die ihr vielleicht so noch nicht gesehen habt, wie man sein Schultertraining gestalten kann. Und natürlich wieder geht es in dem Schultertraining hauptsächlich um den mittleren Teil der Schulter. Das heißt wirklich diesen schönen, vollen 3D-Effekt da rein zu bekommen. Und ja, wir haben es schon einmal durchgeführt bei dir. Es ist brutal. Brutal. Ja, aber brutal. Ihr werdet einige Übungen sehen, die ihr vielleicht so noch nicht macht. Und wir starten direkt mit schwerem Seitheben. Jetzt werden sich manche fragen, was ist schweres Seitheben? Und andere, das habe ich schon bei den Kommentaren mal ab und zu rausgelesen, werden auch wahrscheinlich direkt skeptisch und denken, schwer und Seitheben, das passt nicht zusammen. Das ist eigentlich eine Übung, die man sehr filigran mit leichtem Gewicht macht, um den kleinen mittleren Delta auszupowern. Ich muss sagen, ich habe meistens eher Erfolge damit erzielt, die wirklich schwer zu machen, mit Abfälschtechniken zu machen, korrekten Abfälschtechniken. Und jetzt kommt das Ganze sogar mit Partnerunterstützung. Und wie das Ganze aussieht, das werdet ihr sehen. Wir haben drei volle Übungen, eine Supersatzübung und eine assistierende für die Schultern. Und dann haben wir nochmal drei volle Übungen für den Trizeps. Heute nur die kleinen Muskeln, wird aber trotzdem, wenn man es genau so macht, ziemlich fertig machen. Und er ist der lebende Beweis dafür. Wenn ihr das mal komplett nachtrainieren wollt, tut es, seid ihr herzlich zu eingeladen. Ich kann kaum erwarten, in den Kommentaren zu lesen, was ihr von dem Training haltet. Schiebt mal euer reguläres Training beiseite und macht das. Ich bin gespannt und dann werdet ihr merken, dass manchmal so ein Training ähnlich hart sein kann, wie manche Leute Beine trainieren oder Rücken. So, wir fangen an. Ihr seht das ganze Training live mit, mit Kommentaren dazwischen. Hier wird jetzt nicht gefudelt. Ihr seht auch wieder das Aufwärmroutine. Die könnt ihr natürlich direkt skippen. Ich mache jetzt mal zum ersten Mal hier einen kleinen Index rein. Dann könnt ihr natürlich auch vortracken. Die Aufwärmroutine kennt ihr schon für die Schultern. Wer sie noch nicht kennt, schaut sie euch mal an. Ansonsten, go. Let's go. Oh. Oh. Bis zum nächsten Mal. 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 Komm. Komm. Noch zwei. Eine. Seitlich hoch, komm. Ja, das war viel besser. Viel besser. Hammer. Hier hin. Gut, hier hin. Langsamer, langsam. Siehst du, geht noch. Langsamer, kämpf, kämpf, kämpf. Denkt an, wie lange. Jetzt. Fünf Stunden haben wir. Lass dich stehen. Komm. Auf, geht nicht mehr. Ready? Ja. Komm. Komm. Ja. 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 Noch mal rein. Drei. Komm. Eine. Ja. Und seht ihr, das macht ein aufmerksamer Partner. Er merkt, dass ich auch immer nach vorne stolpere. Und hebt mich direkt auch ein bisschen mit nach hinten. Und wir beide machen sofort weiter. Hammer. Da freut es mich so einen guten Partner zu haben. Hält mich einfach fest. Und wir konzentrieren uns beide auf die Übung. Oh. Das reicht doch schon für die Schulter. No. So. So. Und seitlich. Bärseil seitlich halten. Und seitlich. Hier. Hammer. Langsamer. Langsamer unterlag. Kontrollierst. Richtig halten. Komm schon. Hier hinten. Langsam. Komm schon. Sechs Stück noch. Komm. Auf. Auf. Und noch. Auf. Drei Stück. Auf. Langsamer. Auf. Auf. Oh. 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 Was heißt hier, Mann? Mip. Was ist los mit dir? Es ist doch nur Schultern heute. Ich habe immer auf dem Bein. Was denkt ihr, wie der sich verhält? Wenn wir einmal einen Satz Kniebeugen hinter uns haben, Hackenschmidt Kniebeugen oder irgendwelche ernsten Übungen. Oh, der Nachwand! Was? Hier wurde ich der auf. Nein, du... Es ist ein bisschen der Seil auf. Aber hier... Wer ist jetzt? Wer hält? Was? 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 So, zweite Übung bei uns ist die Grundübung. Es geht nicht alles auf den mittleren Delta. Eine Grundübung ist grundsätzlich auch nicht schlecht. Ich habe schon viel dazu gesagt auf diesem Kanal. Such die entsprechenden Videos mal. Dass ich grundsätzlich nicht davon viel halte, dass man eine Priorität drauf setzt. Weil das hier geht hauptsächlich auf den vorderen Delta. Aber dennoch, eine Überkopfübung, wo man viel Kraft aufwendet, ist grundsätzlich nicht schlecht für das Schulter-Development. Auch hier machen wir das nach umgekehrter Pyramide. 6, 18, 12 Wiederholungen. Zusammen, wenn ihr einen Partner habt, gerne ein paar Intensivwiederholungen mit einstreuen. Konzentriert, Brust raus, Ellbogen unter die Bewegung. In Linie der Schwerkraft. Nicht hier hinten und dann irgendwie hoch drücken. Sondern in Linie der Schwerkraft. Hier halten und dann hoch damit. Und dann ist auch gut. So, schauen wir mal, was wir daraus machen. Könntest du mal bitte 5 pro Seite dran machen? Mal sehen, ob ich das schaffe. Das ist immer geil, wenn man vorher die Ankündigung macht, mach mal mehr. Und dann verkackt man jetzt gleich bei 8 Wiederholungen. Naja, mal sehen. Aber, wenn das für einen Satz ist, den ersten von 4 Sätzen, auch nicht schlimm, dann habt ihr eben einen Kraftsatz da drin. Und die nächsten, da gleicht ihr es wieder aus, dann macht ihr bei 8 Wiederholungen weiter. Ich bin dabei. Danke. 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 Oder auch nicht. Und ihr seid ein Held. Daumen drunter. Ja, Hammer. So ist richtig. Hammer. Nicht zu schnell. Weiter runter. Zeit für Intra. Jetzt schon. Manch einer wird sich wundern, warum jetzt so früh im Training? Ich habe schon mal gesagt, so Hälfte ab der Hälfte. Aber ich habe auch schon mal von mir gegeben, je nachdem wie ihr euch vorher ernährt habt. Ich muss sagen, ich hatte heute, weil wir vorher noch gedreht haben, die letzte Mahlzeit drei Stunden davor. Er auch. Dann kann man wieder ein bisschen versetzt früher starten, damit noch ordentlich Kohlenhydrate und Pump im Training sind. Vor allem, wenn es so Kräfteraumt ist wie hier. Blau und rot. Perfekt. Hier. So, hau an. Du hast ihn. So, da er vorhin sechs Wiederholungen schaffen wollte, aber zehn gemacht hat, haben wir jetzt das Gewicht dramatisch erhöht, damit er das jetzt nachholt und einmal in den Kraftbereich kommt unter sechs Wiederholungen. Drei mal 20 Kilometer. Ja. Das ist dramatisch. So, konzentrier dich. So wie gerade. Unterskinn. Langsam runter. Und dann hoch. Daumen. Genau. Tief einatmen. Langsam runter. Unterskinn. Ja. Hammer. Da ist Kraft hinterher. Elbe runter. Auf. Auf. Pssst. Komm, 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 komm. Auf. Einmal haben wir noch. Super. Da war ich kaum bei. Auf. Auf. Gut, gut. Konstant. 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 Ah. Oh, quack. Ah. Gut. Was ganz wichtig ist, und das muss der gute Maip auch noch zwischendurch besser hinkriegen, wenn ihr das Gewicht in der Positiven nicht mehr ganz hoch bekommt und es kommt ein Stocken rein, dann macht das nicht ruckartig. So wie das bei ihm mal öfters zu sehen ist, dann versucht er mit einem Mal wieder Kraft zu mobilisieren, aber nicht durchgehen. Versucht durchgängig die maximale Spannung zu halten. Durchgängig. Soweit ihr könnt. Der andere wird euch schon helfen. Aber nicht nachlassen, um dann wieder Kraft zu gewinnen. Dann ist der Satz eigentlich vorbei. Die Konzentration müsst ihr haben. Die Konzentration. Ready? Nee. Nee. Ich versuch's jetzt mal mit deinem, mit deinem Dödelgewicht hier. Ohhhh. Ah, das nüsst ein Dödelgewicht. Ohhhh. 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 Fui. Ohhhh. 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 erdelgewicht. Ohhhh. Sehr schön, perfekt, genau so. Perfekt. Konstant, 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 besser, richtig gut, nochmal. Jetzt konstant, 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 ich bin dabei, konstant, Hammer. Kompliment an meinen Trainingsparkner, sofort umgesetzt mit der konstanten Kraftleistung. Und das ist am Anfang echt schwer, wenn man es anders gewohnt ist. Intraaaaaaam. Nope, never. Aber trotzdem immer machen. Ich bin niemals bereit. Ich bin niemals bereit. Los, los! Los, los! Los, los. Los, los. Los, los. Mach doch nicht jedes Mal zwei Intensivwiederholungen. So, wie ihr merkt heute immer noch vom letzten Satz, der ist schon 12 Minuten her. Es lässt nämlich immer knapp 12 Minuten Pause zwischen den Sätzen. So, jetzt sind nur noch 20 Kilo dran. Dafür machen wir es jetzt nochmal richtig genau. Und zum Schluss werden wir jetzt eh schwach sein. Das ist der achte Satz für die Schultern. Und jeder Einzelne hat es in sich. Und ruhig nochmal einen machen, bei dem man viele Wiederholungen machen kann. Kann aber sein, dass er jetzt trotzdem nicht weit über die Zehnchen auskommt. Wir werden sehen, aber wenn es 15 sind, absolut okay. Hau rein. Ich bin 20 besser. So, und, gib ihm. Ellbogen drunter und gut. Nicht zu schnell. Super, so ist gut. Ab. So, konzentrier dich. Nicht zu schnell runterlassen. Generell. Ja, muss doch. Ist ja nichts mehr. Alles ist alleine. Komm schon, komm schon. Nee, sag mal. Ja, ja, ja. Durchfall. Wenn man durchführenden drin bekommt, dann kann man natürlich nicht mehr. Hüppel bereit. Komm schon, fünf. 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 Boah. So, während May Behinderung noch einen langsamen Todesstift, beihe ich euch mal in die nächste Übung ein. Das wird jetzt nochmal, weil unsere Schultern noch nicht genug haben, ne May? Eine Kombinationsübung, eine Supersatzübung, heißt wir kombinieren zwei Übungen und eine typische Ausbrennübung. Wir nehmen Seitheben, eine Variante, wieder auf dem mittleren Delta, ganz wichtig. Ich habe meistens mittlerweile immer zwei Seithebenvarianten drin. Diesmal eine, wo eine konstante Belastung da ist, beziehungsweise ich würde es auch am Kabel machen, um die größte Belastung hier in der Mitte zu haben. Wenn ich hier bin. Und nicht wie beim Seitheben mit Kurzhanteln hier oben. Macht einen Riesenunterschied aus. Man kann nicht mehr großartig abfälschen. Dafür gehen wir direkt danach zu einer nächsten Übung. Und das ist eine Ausbrennübung. Die variiere ich mal zwischendurch. Beim letzten Mal war das noch Aufwärtsrudern, breit gefasst. Ihr erinnert euch. War im letzten Schulter-Trizeps-Training drin. Und ich habe auch ein Sondervideo dazu gemacht. Schaut euch das mal an. Dieses Mal ist es von Herrn Gironda das Front-Aufwärtsrudern. Es ist eine Mischung. Und zwar macht man extrem noch den Armwinkel mit rein. Und führt das entlang der Körperachse. Jetzt machen wir eine Mischung aus dem und Frontheben. Aber Frontheben ist so viel für den vorderen Delta. Das will ich nicht. Ich versuche möglichst den mittleren Delta zu betonen. Heißt, ich bringe hier einen Knick rein. Und führe das hier relativ nah an die Stirn. Aber in den oberen Bereich. Nicht nur hier hin. In den oberen Bereich die SZ-Stange. Und wenn ihr das im Supersatz macht. Ihr braucht nur die Stange beim zweiten Mal. Und selbst damit schaffe ich nicht öfters als 7-8 Wiederholungen. Versucht es einfach mal. Ist im Moment eine Variation, die ich reinbringe. Von einem eurer Kommentare. Inspiriert. Und macht Sinn als Ausbrennübung. Go? Yes. Yes. Ausatmen. Und die Elbe. Gute. Gut. Gut. Das ist gut. Binge ihm ein bisschen nicht mehr. Vielleicht nicht mehr. Bei dir. Da, 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 da. Oh, vergiss manchmal den Zufallsatz, neben reingreifen, ja, und hoch, komm schon, hoch, 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 ja, halten langsam runter, sodass es auch ein Versuchs in der mittleren Delta zu bekommen. Ihr seht, es ist nur die SZ-Stange, aber irgendwann machen Muskeln, meistens aber auch der Kopf nicht mehr mit, weil es ausbrennt. So, ich versuche es trotzdem nochmal mit den Zehen an extra. Am Anfang werde ich die sauber schaffen, hinterher sicherlich nicht mehr. Und ihr seht, das hier wäre so die Definition eines Hit-Trainings. Wir machen jeden Satz bis zum, ich würde jetzt sogar mal sagen, absoluten Muskelversagen. Manche fragen sich mal, wie ist das definiert? Ich glaube, jetzt merkt ihr, was ich damit meine. Nicht nur, bis wir Muskelversagen haben, nicht nur, bis wir aktiv von uns selbst aus mithelfen, also abfälschen, um nochmal etwas rauszuholen und dann die Negative langsam kommen lassen. Nein, dann kommt auch noch der Partner und macht meistens Intensivwiederholungen dazu. Das ist absolutes Versagen. Mehr geht nicht mehr. Und deswegen ist Mike auch so K.O. Nicht, weil er nichts leistet oder sonst nichts drauf hat, sondern weil das wirklich so brutal ist, wie bei den meisten vier Trainingseinheiten zusammen. Damit will ich nicht zeigen, wie super wir sind. Nur es ist einem so ein bisschen aus der Mode gekommen, wirklich bis zum Muskelversagen zu trainieren. Meine Lehre ist es hier und die meisten, die denen folgen, die allermeisten, nein, eigentlich alle geben positives Feedback und sollte man mal ausprobieren. Gerade beim Muskeln, wo man sonst selten Muskelkater reinbekommt, vielleicht auch der mittlere Delta dazu gehört. Ja, und dann ist es mehr Willenssache. Das heißt, wenn der Maib jetzt mal öfters früher nachlässt, wo man denkt, jetzt könnte er noch. Ja, wäre das jetzt die erste Übung, dann könnte er noch. Aber jetzt geht irgendwann der Fokus verloren. Der Intro, der muss jetzt langsam ziehen. Für den Trizeps brauchen wir auch noch Power. Ich versuche es jetzt mal noch mitzuhalten. Ich mache noch hier wieder Teilwiederholung rein. Auch da gehe ich über die Glänze. Und dann kommt noch der andere Satz hinterher. Ab jetzt ist es nur noch mental. Aber selbst, und das ist das Tolle an diesem Training, wenn Maib jetzt nicht mehr so sehr bis zum Schluss geht wie vorher, weil er die Konzentration nicht mehr hat, er hat schon für die Schultern einen Großteil seines Sollens erfüllt. Das hier ist jetzt Bonus. So, die Einrichtung haben wir headen für Schwert? Ich? Okay. Jetzt geht's. Ja, ganz hoch. Noch ein Stück. Ja, und vorbeugen. Oder sollst du Ellbogen höher? Ellbogen höher oder Ellbogen different? Ellbogen höher. Du musst es hauptsächlich hier spüren. Du darfst es nicht hier spüren. So, jetzt machen wir noch sechs Stück, aber langsam runter. Nee, nee, so weit du kannst. Und langsam runter. Hoch und langsam runter. Langsam. Langsam. Okay, und jetzt schnell dahin. Schnell, schnell. Drei, zwei, eins, go. Komm, 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 komm. Du bist zu spät. Gut, kontrolliert langsam runterlassen. Komm schon. Komm schon. Drei Stück noch. Und noch mal. Zwei. Und noch ein. Okay. 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 Ich mach gut da! Mancher meint, so eine Art des Trainings ist viel zu hart. Vor allem, wenn man das nicht für die, wie wir es jetzt machen, so ziemlich kleinsten Muskelgruppen macht man natürlich bei Brust, Rücken, gerade Beine, dann wird das eben noch viel brutaler. Da hält man das auch nicht in der Intensität aus. Also würde ich jetzt für den Rücken mit den hohen Gewichten, die man da benutzt, beim Rudern, beim Latzug oder sogar Beine, bei Beinpresse, Kniebeugen, würden wir das da genauso machen. Das heißt, assistierende in jedem Satz zwei Intensivwiederholungen mit Partner plus Teilwiederholungen und so, da schafft man selten drei, vier Sätze von. In der gleichen Intensität und macht das Training dann weiter. Nicht so wie hier, wo man das über zehn Sätze durchhält. Das geht gar nicht. Dann liegt man auf dem Boden. Insofern, bei großen Muskeln muss man da Abstriche machen. Aber gerade die kleinen, da kennen wir das. Da kriegen wir oft schwer einen Muskelreiz rein. Allein schon ein Indikator dafür ist ein Indiz. Ich drücke es mal vorsichtig aus. Ist dafür Muskelkater. Und Schultern, Bizeps haben einige Probleme mit, da wirklich nachhaltig was reinzubekommen und das zu spüren. Wenn ich das schon so selten mache, und da gleiche ich das ja wieder aus, diejenigen, die den Kanal verfolgen oder mich verfolgen, die wissen, ich trainiere die Schultern nur einmal im Monat und hole mir das da in Regeneration wieder rein. Aber wenn ich genauso mit dem Tempo natürlich Brust und Rücken trainiere, dann könnt ihr euch vorstellen, sind die Schultern ziemlich stark damit beteiligt. Aber da hole ich mir die Recovery wieder rein. Aber wenn ich dann dieses eine Mal die Schultern und den Trizeps trainiere, dann gibt ihm, dann gibt ihm so richtig. Und dann gibt es ja auch wieder Erholung. Deswegen die längeren Pausen. Umso fortgeschrittenes Training ist, umso härter. Das ist auch noch ein Vorteil. desto besser schmeckt das Intra-Workout. So, Maip hat entschieden. Und daran seht ihr auch eine gewisse erfahrene Trainingsweisheit. Seine Schultern haben genug für heute. Ich mache jetzt nur einen Satz hinterher aus Prinzip. Ich weiß gar nicht, ob so weise ist. Und dann geht es an den Trizeps. Ja. 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 Eigentlich. Ja. Ja. der eben diesen schönen runden Effekt reinbringt. Und deswegen gehe ich meistens auf einen quasi Griff in der Suppination und versuche das möglichst das ganze Training durchzuhalten. Das heißt, immer nur diese Griffe zu nehmen. Jetzt nehme ich mal tatsächlich so einen Schrägengriff hier und bringe dafür ein wenig mehr Power und Kraft rein, die ich mobilisieren kann und gehe da eigentlich so ein bisschen auf maximal Kraftreizung. Wir nehmen also das Vielgewicht und versuchen das mal zu bewegen, auch wenn es nie unter acht Wiederholungen eigentlich so richtig geht. Also sechs Wiederholungen oder so etwas ist hier nicht. Und dann machen wir noch zwei weitere Übungen. Ja, ihr werdet es schon sehen. So, weil ich so ein heftiges Tier bin, mache ich hier jetzt mal noch zehn Kilo mehr dran. Vor allem so ein Trizepstier, wie ihr wisst. Das geilste ist wieder an meinem Körper. Bei der Übung ist zu erklären, ich gehe am Anfang relativ dicht an den Kabeltauer ran, weil ich genau hier oben eine große Spannung drauf haben möchte und nicht hier unten. Ansonsten könnt ihr auch ein bisschen weiter weg gehen, wenn ihr das anders verteilt haben wollt. Aber, weil ich das mit viel Gewicht mache, möchte ich hier ein bisschen mehr Entlastung drin haben. Gehe aber direkt danach einen Schritt zurück. Auch das habt ihr mal gesehen in dem Video. Und werde dann mich vorbeugen und habe dann hier unten mehr Spannung drin. Das heißt, ich verteile das ein wenig. Ich bin ein wenig. Das ist Hit. Trizeps drücken, Mann. So, aufrecht, nicht vorn. Nicht Schwung holen da oben, kein Ruck. Besser. Aufrecht bleiben. Hammer. Schultern hinten lassen. Und... Hammer. Nochmal. Voll gespannen. Komm. Okay, da ist zu viel Brustbein. Oh, fuck. Ich muss sagen, der Pump ist enorm. Warum? Weil mit dem mehr Gewicht werdet ihr auch mehr Muskelfasern vom gesamten Trizeps gleichzeitig rekrutieren. Manchmal ist es nicht schlecht, chirurgisch vorzugehen, sehr präzise. Heißt, wenn ihr den äußeren Anteil treffen wollt, macht ihr eine Übung, bei der ihr möglichst weit in die Pronation geht und den äußeren trainiert. Dadurch werden aber nicht so viele Muskelfasern gleichzeitig rekrutiert von dem Inneren. Wenn ihr einfach nur einen Napalmangriff drüber bringen wollt, dann versucht ihr den ganzen Trizeps zu involvieren. Bei so einem Gewicht bleibt ihr nichts anderes übrig. Und auch das ist gut für den Äußeren. Das habe ich jetzt erst wieder entdeckt. Beim Trizeps machen wir jetzt übrigens 3-3-3, heißt drei Sätze pro Übung. Reicht auch. Ja. So, ihr seht, wir haben hier wieder einen ganzen Cage. Alles mögliche dran. Jetzt kommen Dips. Warum mache ich Dips in der Mitte des Trainings? Ähnlich wie bei der Brust, wo ich in der Mitte die Isolationsübung mache, mache ich hier mehr oder weniger die Isolation am Anfang, also umgekehrt das Prinzip. Und zum Schluss nochmal mit French Press. Jetzt wird nochmal alles mobilisiert, um nochmal richtig viel Kraft aufzuwenden. Dafür brauchen wir noch mehr Fokus. Wir machen jetzt Dips. Die könnt ihr an der Maschine machen, nur die reiht sich mittlerweile so weit aus, da möchte ich nicht noch mehr Zusatzgewicht dran machen. Dann wird man auch so nach oben geschoben. Wir machen jetzt die härteste Dip-Variante, die wir so kennen. Ich versuche es mal hier an den Seilen. Das habe ich schon einmal gezeigt in dem Video. Wenn der Maik die daran nicht ganz schafft, wenn er also weniger als sechs Wiederholungen macht, dann macht er die woanders. Aber da kann man dann auch noch einiges reinbringen. Ach, das ist das. Ich dachte schon, hier wäre irgendwo ein Welpe. Ja, also ich modelliere das jetzt mal so, um dass ich das hier machen kann. Wir versuchen es beide. Wenn wir unter sechs machen, geht es direkt an die Stange. Du weißt, was wichtig ist. Von Anfang an rausheben und nicht hochspringen. Sonst machst du die Schultern kaputt. Also, rein, hoch und dann versuch mal, so viel du kannst, wenn es unter sechs sind, musst du woanders hin. Und eng halten, eng am Körper. Das ist keine Brust. Okay, das waren dann, das war jetzt weniger als sechs insgesamt. Das waren drei Wiederholungen, saubere. Wir nennen es mal Teilwiederholungen. Also, ab mit ihm an die Maschine. Jetzt kommen wir nicht so hoch. Der hier, ihr seht, die sind ein bisschen V-mäßig zueinander angeordnet. Das Gute ist, das kann man ein bisschen besser die Brust mitbetonen oder ein bisschen besser den Trizeps mitbetonen. Und wir wollen das natürlich für den Trizeps. Das bedeutet, wenn die nach vorne gehen, sich zuspitzen da, wo das Gesicht hin zeigt, dann ist das besser für die Brust, weil die Schultern auch tendenziell nach vorne gehen. Für den Trizeps drehen wir uns um und machen das quasi hinten rum. Dann sind wir viel mehr im Trizeps drin. Und so macht der Maib das jetzt. Mal sehen, ob er hier über sechs macht. Gut, mit Power auch, komm schon. Hammer, komm schon. Immer weiter. Noch 14 Stück, komm. Noch 13. Gut. 12. Jetzt 10 noch. Nee, 11. 11, 11, 11, 11, 11. Ja! Jetzt 10. Gut. Jetzt 9. 9, weiter. Und jetzt 8. Und geschafft. Wir haben ja auch schon Schultern trainiert. So Leute, ich hoffe, ihr ertammt euch nicht selbst dabei, das Video bisher noch nicht geliked zu haben. Komplettes Training. Hardcore. Das, was man heutzutage als Hit-Training bezeichnet. Was eigentlich nur Training ist. Ja, und jetzt könnt ihr an dieser Stelle mal raten, schaffe ich noch 6 oder ebenfalls 0. Maib, was schätzt du? Ich sagst 8. 8? Ja. Das ist gut. Ich würde ja jetzt sagen, dass 8 mal so viel wie du hattest, aber 8 mal 0 gibt auch 0. Gott, bin ich arrogant. Ich dachte mal, komm. Ich meinte Mindestabend. Komm. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 9. Komm. 10. 1. Und das ist gut. Wuhuuu. Sehr. Sehr. Ich bin sicher. Ich glaube, ihr habt. Guck hoch oben. Die ganze Zeit nach oben und Beine nach unten. Für den Trizeps aufrecht halten. Ja, so ist besser. Uff. Ja, richtig power. Gut. Hoch. Super. Super. Guck. Ah. Aha. Ah. Ah. Das war's. Hammer, das ist Power. Hammer! F***! 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 selbst hier wird schon ein bisschen nachgeholfen jetzt am anfang sauber danach intensitätstechnik bisschen abfälschen aber die negative wieder richtig machen jetzt geht auch nicht mehr viel bei der Hübung Oh 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 So Leute Ich hoffe das Training hat euch gefallen Lasst uns einen Daumen da wenn ja Wenn ihr allerdings findet Dass er sich ein bisschen angestellt hat Gut dann Daumen runter gibt es nicht mehr Schade Gut da kann man nichts machen Dann honoriert die Leistung irgendwie anders Wenn ihr Fragen dazu habt Ich habe eine ganze Menge Übung präsentiert Oder einfach nur äußern wollt Was ihr dazu denkt Wie ihr das Ganze macht Ab in die Kommentare Jeder Kommentar hilft Und er öffnet schöne Gespräche und Diskussionen hier Ansonsten schaut mal bei proteinarena.de vorbei Da könnt ihr mit Gotti 15 Ganze 15% auf eure Bestellung bekommen Es gibt unheimlich großes Sortiment Ich verdiene nichts dran Aber es macht Spaß ein bisschen was zu sparen Naja Und schaut euch mal den anderen Videos um Ich habe sehr viele Querverweise gegeben Bei so einem Training könnte ich sonst immer Auf 30 andere Videos verweisen Naja Also Wenn euch sowas gefallen hat Lasst es mich wissen Wünscht euch andere Trainingsarten nochmal Mögt ihr weitere Full-Trainings-Einheiten Dann lasst es uns wissen Mögt ihr weiterhin welche mit dem da Damit ich auch einen positiven Kontrast darstelle Und ein bisschen stärker wirke als sonst Nun ja Ansonsten war es das von uns Suskription made my friend And like now Bis bald Gotti und Mai Out Bis bald 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 Bis bald